Und das hier ist wieder Julia Richter, die Favoritin beim Gehen, die deutlich vorne liegt. Im letzten Jahr nahm sie die Silbermedaille mit. In diesem Jahr scheint ihr Gold nicht mehr zu nehmen zu sein. Julia Richter, was keine Überraschung ist, als Jahresschnellste angereist. 13,47, 4,7. Das ist ja in diesem Winter. Karolin Kirchner mit der zweitbesten Meldezeit. Und sie muss hier noch einmal durch die Kurve und ist dann auf der Zielgerade, bevor sie dann im Ziel den Siegerjubel auspacken kann. Julia Richter, SC Potsdam, auf den letzten Metern. Und sie ist die neue deutsche Jugendhallenmeisterin im 3000-Meter-Bahn-Gehen. Julia Richter, die U20-EM-Sechste aus dem letzten Jahr, jetzt die Titelträgerin unterm Hallendach. Glückwunsch zum Sieg an die Athletin, an den SC Potsdam und an die Trainerin Manja Berger.